Heute wird der erste Zuschauer die Burger Pommes Limo testen. Oha Leute, hier ist die Limo. Okay, und wie heißt du? Arthur. Arthur, okay. Wie alt bist du? Ich werde bald neun, aber jetzt bin ich noch acht. Oha, ihr seid beide acht. Dann würde ich sagen, Arthur, du kannst jetzt die Limo testen. Ja. Oh, ich bin gespannt. Ich hoffe, die schmeckt dir. Die schäumt. Oh, die schäumt. Und? Und? Lecker, sehr lecker. Oha, die Stecker. Ein bisschen, ähm, neun Komma fünf. Oha, neun Komma fünf. Let's go, lass ein Like und ein Abo da. Ciao.